Nadja Konowalska! Wir gehen damit aus Russland mit Skitalistin von 2018. Wir Katharina Alexandrova! Wir werden mit Kralk. Wir werden mit Kralk. Wir sind mit Kralk. Kompl, die beiden. Wir beginnen auch. Wir beginnen auch. Vielen Dank. Und, von Stasat, Kampuset, Alexandro, Duxfat, Kampuset. Null vom 10. 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 Das war's für heute. Hier ist die Katarina Alexandrova. Ein toller Outfit hier in der 7. Arena. Von der French Open Halbfinale-Mistin Nadja Pogonoska.